Kannst du mal... Für Fortnite! ...sagen? Boah, weiß ja nicht. Ich mach's am Ende vom Video. Davor hören wir eure Audios an. Bitte nicht. Für Fortnite! Wie so einfach ein Erwerb geschnitten ist. Für Fortnite! Ja, ist schon ziemlich gut. Warum hab ich dieses Format überhaupt zurückgebracht? Für Fortnite! Einfach Featuren mit einem Minecraft-Zombie? Für Fortnite! Okay, das reicht mir langsam. Jetzt bin ich dran. Schaut vorher gerne bei Twitch vorbei. Da streame ich mittlerweile wöchentlich. Für Fortnite!